Das Lindwerk ist der Beweis, dass sich Schutz und Nutzen verbinden lassen. Es schützt die Bevölkerung ebenso vor Hochwasser wie Infrastrukturen und Gebäude. Gleichzeitig hat die Natur mit der Sanierung des Lindwerks vor zehn Jahren den nötigen Platz erhalten und es entstanden auch neue Erholungs- und Freizeiträume für die Menschen. Bei Grossprojekten müssen alle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Dann kommen wir gemeinsam erfolgreich zum Ziel. Diesem Anspruch tragen wir mit der Revision des Wasserbaugesetzes aktuell Rechnung. Und in dieser umsichtigen Art und Weise wollen wir auch vorgehen, wenn anderswo in unserem Land Bauten zum Schutz vor Hochwasser errichtet werden. Kurz gesagt, das Lindwerk hat Vorbildcharakter für die ganze Schweiz. Es steht für Weitblick und politische verantwortliches Handeln, und zwar heute und gestern. So gesehen verkörpert dieses Bauwerk auch die Werte unseres Landes.